Heute möchte ich dir die Hook-Story-Offer-Methode vorstellen. Zuallererst einmal die Frage, wer von euch kennt diese Methode schon? Schreibt es mal in die Kommentare. Für die anderen hier die Erklärung. Im Online-Marketing ist die Hook-Story-Offer-Methode eine einfache und effektive Methode, um überall Verkaufstexte zu schreiben. Für Anzeigen, E-Mails, Landingpages, Funnels und vieles mehr. Es ist genau so, wie es sich anhört. Hook kommt von dem Englischen und steht für Haken, Angelhaken. Alles beginnt mit einem Hook. Das kann eine Überschrift sein, die die Aufmerksamkeit deines Interessenten wecken soll. Etwas, was die Neugier weckt und sie dazu bringt, mehr darüber lesen zu wollen. Story ist die Geschichte. Als nächstes erzählst du eine interessante, überzeugende Geschichte darüber, wie das Produkt, das du verkaufen möchtest, dein Leben verändert hat und wie es auch das Leben deiner Kunden verändern kann. Hierbei gehst du auf das Gefühl ein und richtest einen emotionalen Appell an deine Kunden aus. Du erläuterst hier also den Mehrwert dahinter und verbindest dies durch ein Beispiel. Denn so machst du es für deine Interessenten nahbarer. Zum Schluss machst du immer das Angebot. Hierbei ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr wichtig. Du solltest es so überzeugend machen, dass deine Zielgruppe Schwierigkeiten haben wird, Nein zu sagen und ohne zu zögern es kaufen möchte. Daran liegt die Kunst. Vor allem aber solltest du die Dringlichkeit und die Knappheit dem Interessenten gut veranschaulichen. Denn so bekommst du dein Verständnis dafür, dass das Produkt etwas ganz, ganz Besonderes ist, welches nur für kurze Zeit auf dem Markt ist. Und dann geht es um die Knappheit.